Hey Leute, hier habe ich euch jetzt das Arcana Beschleunigung mitgebracht. Also bei einem kritischen Treffer haben wir eine 20% Chance auf plus 60% Feuerrate bei Gewehren für 6 Sekunden und eine Arcana Wiederbelebung. Was im Endeffekt bedeutet, wir haben 5 Wiederbelebungen. Äh, das Ding ist ziemlich gut, aber was ich erwähnen muss, es gilt halt wirklich nur auf Gewehre. Das bedeutet, es gilt nicht auf Bögen und auch nicht auf Beamwaffen. Also wirklich nur Gewehre. Ja, gut, ich zeige euch das Ding einfach mal kurz und ich kann euch schon mal sagen, das Ding ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ich zeige es euch erstmal bei einer Waffe, die eh schon sehr schnell schießt, also die Prisma Krakata. Ihr seht es oben, das Ding ist die ganze Zeit aktiv. Nicht ohne. Oder stellt euch das mal auf der Supra vor. Aber bei dir hat nicht viel Grit. Also ihr merkt schon einen deutlichen Unterschied, wenn ich das Arcana geproggt habe oder nicht. Eine andere Sache wäre zum Beispiel, wenn ich die Opti-Core ausgerüstet habe. Jetzt nochmal gerade als Vergleich, wenn das Arcana nicht aktiv ist. Das wäre dann so und mit aktiven Arcana. Also man sieht doch einen deutlichen Unterschied. Genauso kann man es auch bei der ein oder anderen Warframe-Fähigkeit schön benutzen. Sagen wir mal, wir spielen gerne Titania. Da ist es jetzt nicht optimal, weil unsere Crit-Chance ist nicht besonders hoch. Aber wir haben es auch mal drin und ich zeige euch einfach mal, was da so passiert. Ich sage einfach mal, ihr werdet es merken, sobald das Arcana ausgelöst wird. Nämlich jetzt. Und das haben wir einfach so nebenbei. Wir brauchen dafür keinen Modplatz, nix. Und ihr seht es gerade schon, durch diese erhöhte Feuerrate können wir wirklich so schnell schießen, dass unser Arcana eigentlich die ganze Zeit aktiv ist. Also alles in allem ein wirklich sehr schönes kleines Gimmick. Kann sich wirklich nicht beschweren. Im Normalfall wird es nicht meine erste Wahl sein, aber alles in allem ist es doch ein wirklich brauchbares Arcana. Und ich bin der Meinung, man sollte es auf jeden Fall mal probiert haben. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.